Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält sensible Inhalte. Bei manchen Betroffenen kann das negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, sollte dies der Fall sein. Ansonsten viel Spaß mit Border-Alein. Herzlich Willkommen zu Border-Alein Folge 75. So, wir haben ein neues Jahr. Neues Jahr, neues Glück. Es gab jetzt knapp eine Woche keinen Podcast, glaube ich. Und ich denke, in Zukunft wird es auch nur einmal die Woche einen geben. Aber auch da gilt nach wie vor, so wie ich gerade Zeit, Lust und auch die Intention habe. Das Thema heute ist, im Prinzip habe ich mir gedacht, sprechen wir mal darüber, über den Alltag eines Depressiven. Über den Alltag eines psychisch Erkrankten. Wie gestaltet sich so ein Alltag? Es gibt ja im Prinzip nur zwei Szenarien. Szenario 1, uns geht es gut. Szenario 2, uns geht es nicht gut. So, fangen wir mal mit dem Guten an. Also, wie jeder normale Mensch, wache ich morgens auf. Und dann, komischerweise, checkt man erstmal ab, okay, wie war die Nacht? Wie habe ich geschlafen? Was habe ich geträumt? Wie kann ich diesen Traum deuten und verarbeiten? Und, ja, danach gestaltet sich so ein bisschen, so ein bisschen, ja, mein Tagesablauf tatsächlich. Wenn ich für mich morgens zum Schluss komme, ah, da wird ein guter Tag. Weil dann heißt das noch lange nicht, dass es wirklich ein guter Tag wird. Aber die Voraussetzungen dafür sind eigentlich schon mal ganz gut. So, das heißt also, man geht mit einem relativ guten Gefühl in den Tag rein. Und kommt auch relativ entspannt und gut aus dem Bett raus. Und kann seinen Alltag einfach ganz normal, so wie jeder andere von euch auch, man kann ihn angehen. So. Und dann frühstückt man auch ganz normal. Man hat einen ganz normalen, ja, einen ganz normal strukturierten Ablauf. Also, die drei K's morgens früh, Kaffee und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, das läuft dann einfach alles. Ohne, dass man großartig drüber nachdenken muss oder sich zu irgendwas zwingen muss. Und je nachdem, ähm, ja, je nachdem, wie, wie die Arbeitszeiten gelagert sind, ähm, zieht man sich an, beziehungsweise geht duschen, zieht sich an und fährt ganz normal zur Arbeit. So. Und, ähm, das läuft alles in so einem Automatismus. Jetzt gehen wir direkt mal zum, zum zweiten Szenario über. Szenario zwei. Die Nacht war scheiße. Die Nacht war geprägt von, ja, von Albträumen, von, ähm, von Schlaflosigkeit, von, von Oversinking, also von, ähm, ja, von diesen, von diesen Gedanken, die man ins Unermessliche denkt. Die man einfach ins Unermessliche denkt und die man, ja, die man nicht los wird. Das heißt, ein Gedanke jagt den anderen. Jagt wirklich den anderen. Und das im, im, ja, im Minutentakt, sage ich mal. Ja, im Minutentakt ist sogar untertrieben. Sondern es geht wirklich, man denkt sich in eine Situation rein und denkt die weiter und denkt die weiter und denkt die weiter und denkt die in das, in das, ähm, absolut, absolut mieseste, anzunehmendste Szenario, sage ich mal. Da denkt man sich rein und dann ist das, äh, ist das so gegeben. So, und so gestaltet sich die Nacht. Und dementsprechend schwer fällt einem dann auch das Aufstehen. Weil man bleibt im Bett liegen, man, man möchte eigentlich gar nicht diesem Tag ins Auge blicken. Sondern man möchte eigentlich, äh, ja, Decke über den Kopf und, äh, wählt, wählt aus und lasst mich bloß in Ruhe. Und dann irgendwann, man hat Verpflichtungen, irgendwann muss man aufstehen. Aber dann wird's, wird's, dann ist es kein Automatismus, ja, sondern dann ist das so eine, ähm, ja, dann ist es ein Zwang. Aus diesem Zwang raus macht man dann auch alles andere. Man trinkt seinen Kaffee, weil man weiß, okay, muss ich, man weckt das Kind, wie auch immer. Wie auch immer. Alles läuft irgendwie, ähm, ja, wie in so einer, wie soll ich sagen, in so einer Seifenblase läuft das alles ab. Und man wartet eigentlich nur auf, ja, auf diesen Auslöser, der diese Seifenblase zum Platzen bringt. So, und dementsprechend fährt man auch mit diesem Gefühl dann auch zur Arbeit. Oder zu dem Termin, den man hat, oder whatever, ist ja völlig egal. Ergo, man startet den Tag schon ganz anders. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, der ein oder andere, der, der, der steht mal mit einem falschen Bein auf. Klar, Vergleich hinkt ein bisschen, aber kann man so vergleichen. Ja, man hat entweder gute Laune oder schlechte Laune oder wie auch immer oder, ja, hat einfach scheiße geschlafen. Ähm, aber man hat einfach nur eine Laune. Bei dem Depressiven fällt sich das ein bisschen anders. Da wird wirklich das, das einfachste anzunehmende Szenario, wie die, keine Ahnung, äh, ich muss mich jetzt anziehen, ich muss jetzt duschen gehen, ich muss mir die Schuhe anziehen und bin, ähm, ich muss noch, was weiß ich, mit dem Hund raus. Alles, alles das wird zu einer Last, die kaum zu bewältigen scheint. Stehe ich zum Beispiel an einem guten Tag auf, sind das Dinge, die laufen, die laufen einfach, die laufen wie geschnitten Brot. Die laufen einfach wie geschnitten Brot. Ja, macht man, denkt man nicht drüber nach, macht man und alles cool. Alles cool, man sitzt im Auto, fährt zur Arbeit, sagt fröhlich guten Morgen und der Tag geht rum wie nix. Habt man das zweite Szenario, ist das alles anders. Es fühlt sich nicht nur anders an, es wirkt ganz anders. Es ist ein komplett anderer Mensch, der dann zur Arbeit fährt. Der Arbeitsweg, der, ähm, der zieht sich erstens wie Kaugummi. Die Konzentration, muss ich ehrlicherweise sagen, äh, lässt dann mal eben komplett nach. Man fährt praktisch wie, ja, wie in so einer Bubble fährt man dann zur Arbeit. Und, äh, dann ist kein fröhliches guten Morgen, sondern eher so ein, äh, ja, keine Ahnung, so von wegen, lass mich besser in Ruhe. Und es fällt einem auch viel, viel schwerer, also so geht's mir jedenfalls, wie gesagt, immer nur aus meiner Warte, viel, viel schwerer sich den, den Gesprächen hinzugeben, die Konzentration oben zu halten. Das ist das, was, äh, das größte Problem dann darstellt. Und ich sag mal, so gewohnte, äh, arbeitstechnische Automatismen, die man normalerweise, äh, so Handgriffe, die man jeden Tag tut, die werden plötzlich, ja, wie ein Fremdkörper, als ob man die das erste Mal macht. Und, ähm, man, ähm, drei- und viermal hinterfragt, boah, äh, hab ich das jetzt eigentlich schon gemacht? Das ist ungefähr so, in diesem Zustand, wenn ihr Auto fahrt, nenne ich immer ganz gerne das Beispiel, dann denkt ihr kurz darüber nach, scheiße, war die Ampel jetzt eigentlich rot oder war die grün? Naja, ist nix passiert, war wohl grün, aber sicher seid ihr euch nicht. An einem guten Tag wisst ihr, die Ampel war rot, die Ampel war grün, ihr wisst, wann ihr losgefahren seid und ihr wisst wahrscheinlich noch, dass ihr nach dem zweiten Auto dann links abgebogen seid, so ungefähr. So, und an einem guten Tag denkt ihr über diese normalen Handgriffe auch nicht nach. Die macht ihr. Die macht ihr, weil ihr sie schon hunderttausend Mal gemacht habt. Ja, ihr übernehmt die Verantwortung, die euch da vielleicht aufgetragen wurde, je nachdem. Ähm, ihr macht einfach euren Job, ihr macht einfach euer Ding oder ihr gestaltet euren Tag so, ähm, wie ihr den sonst auch gestaltet, beziehungsweise wie er, äh, ja, optimal wäre. An einem schlechten Tag tut ihr das alles nicht. Da gibt's dieses Optimum nicht. Es gibt kein Optimal, es gibt kein, keine Routine. Und es gibt vor allem auch keine Struktur, keine Struktur im Denken, keine Struktur im Handeln und überhaupt gar keine Struktur im Sein. Ihr seid zwar körperlich anwesend, ja, aber das war's. Das war's. Mehr ist da nicht. Und jede, jede Unterhaltung, jede Arbeitsanweisung, jede Konversation in welcher Form auch immer, sei es am Telefon mit den Arbeitskollegen, mit einem Kunden oder whatever, die wird für euch zur Herausforderung. Ähm, klar gibt's Tage, wo man generell überfordert ist mit allem. Natürlich, weil irgendwelche Ereignisse stattgefunden haben. Ähm, aber wenn ihr schon dieses Gefühl habt, ich möchte diesen Tag so nicht erleben, äh, ich möchte eigentlich, wie gesagt, Decke über den Kopf und welt aus, dann ist es fast nicht möglich, wirklich konform zu reagieren oder konform den Tag zu überbrücken, zu, hinter sich zu bringen, ähm, whatever. Jetzt kann es natürlich sein, dass man einen guten Tag hat und man ist super zur Arbeit gekommen, dies, das, jenes, die ersten Gespräche laufen wunderbar mit dem Kunden und auf einmal gibt's einen Trigger. Und alles ist, alles ist anders, als es noch zwei Minuten vorher war. Das nächste Gespräch, mit wem auch immer, läuft dann schon wieder ganz anders. Was? Ihr könnt dem wieder nicht folgen. Ihr habt das, was euch gerade getriggert hat, habt ihr so heftig im Hinterkopf, dass es eigentlich auch nichts anderes gibt, was dann noch irgendwie an Wert hat oder was wichtiger sein könnte, als dieser Trigger gerade. Ah. Und umgekehrt kann es natürlich genauso sein, dass wenn ihr mit einem schlechten Gefühl zur Arbeit gefahren seid oder mit einem schlechten Tag, dass sich das ändert. Weil ihr dann irgendwann vielleicht doch eine gewisse Routine entwickelt und vielleicht hat man auch über die Zeit gelernt, damit umzugehen. Und damit, mit diesen Szenarien beschäftigt man sich schon den halben Tag. Und dann kommt der Nachmittag. Man ist zu Hause, man ist mit seiner Familie, man ist mit seinen Freunden, man ist, ich hab keine Ahnung mit wem. Und dann kommen die ersten Fragen. Ja, wie war dein Arbeitstag? Ja, lass uns besser nicht drüber reden. Ja, doch, komm, lass uns reden. Ich will da eigentlich nicht drüber reden. Und zack, man wird wieder an dieses Szenario reinversetzt, was auch völlig legitim ist, dass man mit seinem Partner über seinen Arbeitsalltag spricht. Über das, was man erlebt hat. Über das, was einen eventuell beschäftigt oder wie auch immer. Man ist ja nichts Unnormales. Für uns ist das teilweise aber ein Aufarbeiten von Emotionen, ein Aufarbeiten von Erlebnissen und von Triggern, die uns dann ruckzuck wieder in eine Sphäre schießt, in der wir so gerade eben erst rausgekommen sind. Und, in dem wir uns vor Stunden erst befunden haben und froh waren, da raus zu sein, um was wird man? Man wird wieder da reingeschmissen. Ist für den Partner nicht immer unbedingt leicht. Für uns selber auch nicht. Ist für keinen leicht. Brauchen wir nicht drüber reden. Das müsst ihr euch vorstellen. Andersrum. Sondern, dann geht ihr abends ins Bett und dann fängt derselbe Scheiße da von vorne an. Ja, praktisch, wenn ihr einen schlechten Tag hattet, habt ihr wieder Angst vor der Nacht und so weiter und so fort. Die Oversinking-Phase fängt wieder an. Und ihr müsst euch vorstellen, das erlebt ihr Tag für Tag für Tag, Woche für Woche. Jeden Tag aufs Neue. Dieses Nicht-Wissen. Wie reagiere ich heute auf das, was mir bevorsteht? Wie reagiere ich auf meine Umwelt? Wie reagiere ich, wenn ich einen Trigger habe? Komme ich da schadlos raus? Bin ich der Situation gewachsen? Und das ist einhergehend mit, allein diese Frage sich zu stellen, schaffe ich das überhaupt? Das weckt ja sofort wieder Ängste vor diesem Tag. Es weckt sofort Angst und Respekt vor diesem Tag. Und das, liebe Leute, jeden Tag. Einfach jeden Tag. Nicht zu wissen, bin ich dem gewachsen oder nicht. Und da geht es nicht um, ich habe gute oder schlechte Laune oder bin mit dem richtigen oder falschen Bein aufgestanden. Sondern alleine das Wissen, dass sich das minütlich, wirklich minütlich ändern kann. Zwischen, es ist alles cool zu, es ist alles, alles, alles schlimmer, als es nicht mehr sein kann. Es ist schlimmer, noch schlimmer geht nicht. Und da ihr euch so oft am Tag in diesen unterschiedlichen Zuständen befindet, weckt das jetzt nicht unbedingt Vertrauen in so einen Tag. Und diese unterschwellige Angst, die begleitet euch auf Schritt und Tritt. Damit muss man lernen, umzugehen. Das kann man nur, indem man sich Strukturen schafft, indem man Notfallpläne hat. Das kann man nur schaffen, indem man Werkzeuge an der Hand hat, damit generell umzugehen. Und zum hunderttausendsten Mal wahrscheinlich, meiner Meinung nach, ist das nur in der Therapie zu lernen. Natürlich kann man sich Dinge aneignen, die für einen selber dann irgendwie cool sind. Und die einem selber dann aus so einer Misere raushelfen. Aber grundsätzlich ist es so, dass man das lernen muss. Und viele Sachen hat man ja selber nicht am Schirm. Aber unterm Strich bleibt faktisch die Angst, diesem Tag nicht gerecht zu werden. Diesem Tag, oder dass dieser Tag einem alles abverlangen wird. Und man abends da liegt und völlig ausgesaugt ist. Man setzt das voraus. Man setzt das einfach voraus, dass es so sein wird. Und man ist dann völlig überrascht, dass man nicht so ist. Und traut dann diesem Braten auch nicht. So von wegen, okay, die Krankheit hat mich heute verschont. Wann schlägt sie als nächstes zu? Weil man genau weiß, dass es irgendwann wieder passiert. Ob ich dagegen eine Lösung habe oder dafür? Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Wie gesagt, es ist nur mit Struktur zu schaffen. Es ist nur mit, es ist wie, ich muss fünf Mahlzeiten am Tag nehmen, also verteile ich mir die am Tag. Ich habe Tagesziele. Und wenn ich mir Tagesziele setze, komme ich einigermaßen zurecht. Aber auch bei mir ist es so, wenn dann unvorhergesehene Dinge, und das können beileibe wirklich, bei Gott, Leute. Es können kleine Dinge sein wie, kannst du mich mal eben irgendwo abholen? Kannst du mich mal eben irgendwo hinfahren? Aber wir müssen noch einkaufen. Sachen, die einfach nicht im Plan waren, werfen einen dann wirklich zurück. Ja, die kommen von der Seite mit einem Faustschlag und Plätten ein. So. Und das ist das Schlimmste, uns aus dem Konzept zu bringen, unsere Struktur zu durchkreuzen. Aber das ist eine Sache, die musst du halt mit eurem Partner und mit eurem Freundeskreis üben. Die muss gelernt werden. Wenn nicht nur ihr braucht Werkzeuge, auch euer Umfeld braucht Werkzeuge, wie sie mit euch umzugehen haben. Und dann ist man schon mal auf einem guten Weg. Ich hoffe, dass ich, also ich habe jetzt hier meinen Alltag wieder gespiegelt. Das ist natürlich bei jedem komplett anders und brauchen wir nicht darüber reden. Das ist das, was mich Tag für Tag, so täglich grüßt als Murmeltier mäßig, immer wieder ereilt. Und mich auch immer wieder vor neue Herausforderungen stellt. Und so Szenarien, wie gerade geschildert, irgendetwas durchkreuzt die Struktur, die man sich mühsam erarbeitet hat. Ja, und man hat ein Problem. Ist einfach so. Ist einfach immer noch so. Es wird besser, ja. Aber, unterm Strich, ist man dem immer noch nicht gewachsen. In diesem Sinne, ihr lieben Leute da draußen, ihr Leute da draußen. Wir starten ins Jahr 23 mit einer etwas seichteren Folge diesmal. Und mir war diese Folge einfach wichtig, weil ich die letzten Tage auch gemerkt habe, weil ich gar nichts gemacht habe. Weder Social Media mäßig noch sonst irgendetwas. Wie sieht eigentlich mein Alltag aus? Ich habe den einfach mal so ganz bewusst reflektiert. und dann auch tatsächlich mich da hingesetzt und gesagt, ja, okay, und was machen wir besser? Was ist schlecht? Und was können wir irgendwie optimieren? Und keine Ahnung. Ja, und dann ist mir halt der Gedanke gekommen, das auch wirklich mal so für euch so als Leitfaden vielleicht einzusprechen. Ich hoffe, ihr könnt mit der Folge was anfangen. Und dann danke ich euch fürs Zuhören. Wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Euer Sven Euer Sven Euer Sven